Es gehört Mut dazu, es zu vollenden. Egal was. Sein Ding durchzuziehen. Wie lange bin ich schon hier? Zwei Wochen. Wo ist hier? Sie sind in Villette. Guten Abend, meine Liebe. Entschuldigung. Wie fühlen Sie sich? Ich will hier raus. Na, das ist doch schön. Das hört man gerne. Ich will sterben. Ich weiß. Das werden Sie auch. Das werden wir alle. Kannst du bitte mal das Kind in Ruhe lassen? Du machst dir alles so einfach. Ich mach es mir also einfach, einfach. Ich ruf dich an. Wir sehen uns dann morgen zu gehen. Oh, wir liebst, wir werden liebst. Dann musst du schon etwas fleißiger sein. Drei, vier, eins, zwei, drei, vier. Da wollte doch einmal ein mächtiger Zauberer, ein Königreich zerstören. Du brauchst einen Zaubertrankchen, einen Bruder, das sind alle krankchen. Jeder, der davon zu sich nahm. Kannst du mir da Blätten besorgen? Ich glaube, sie wurde eingeschleust. Von wem? Wir müssen auf der Hut sein. Das müssen wir. Sie setzen uns eine Selbstmütlerin vor. Als hätten wir keine eigenen Probleme. Sie ist durchtrieben. Die Art, wie sie mich ansieht. Sie versucht sich an uns zu binden. Und ehe wir es uns versehen, bricht unsere Gemeinschaft auseinander. Nur sie ist dann weg und unsere Ruhe ist dahin. Warum? Sie sprechen von warum, hier auszubrechen. Das habe ich je gemacht. Nie. Haben Sie sich schon einmal vorgestellt, wie das wäre, wenn wir jeden Tag in unserem Leben exakt dasselbe treffen? Du darfst nicht den ganzen Tag darauf warten, dass ich für dich spiele. Du darfst dich nicht daran gewöhnen, mir zuzuhören. Hörst du? Niemand darf sich an irgendetwas gewöhnen. Ich könnte mich an das junge Ding gewöhnen. Du darfst bloß nicht. Du wirst am Hand zerbrechen. Wir dürfen es nicht zulassen, dass sie hier stirbt. Habe ich geschlafen? Einen Tag. Ich habe einen Tag verschlafen? Du hast nichts versäumt. Warum hat mich niemand geweckt? Ich habe dich doch jetzt geweckt. Dass ich mein Engel verschlafen könnte, bringt mich ganz durcheinander. Lass uns gehen.